Ahhhh, die Richtungstraßen sind. Ja, fisch! Offenbar gibt's Upgrades. Man kann dann... man kann dann... man kann dann was halt nicht verarschen. Ja, jetzt mit 3 aufwachen?! Wollt ihr mich verarschen?! Nun, wie auch immer, ich wollte ja eigentlich... da rauf. Oh, der andere wollte noch Geld. Ahhhh, das wäre wieder ein typischer Probe, ne? Sieh sich einer diesen Fall gegangen. Ein Roboter hinter einem Schild? Es wird mir ein Vergnügen sein, auf seine Schwachstelle zu einzuguteln. Lieber, lieber. Ich muss mal oben aufwünsseln, gibt's das? Ich muss mal oben aufwünsseln, gibt's das? Okay, ich krieg ihn so nicht abgeknallt. Ich brauch ne andere Waffe. Denke ich. Und die Sägen sehen nicht sehr freundlich aus. Ah, der Traum! Fuck. Ich muss nicht warten. Noch so einer. Der wird nicht so einfach zu besuchen sein. Oh, ich kann die Dinger nicht abholen. Ja, sicher doch. Geht mal hoch, ich brauch Blut. Ich kann mir sagen, dass in der Spiegel gut blutig ist. Ich bin sicher, dass es gut für dich ist. Ach, so viel Blut. So viele riesentittige Mini-Tanten. Jetzt geht's mir super. So, ich... Jungs, danke. Ich muss das hier noch unter dir. Aua! Okay. Das ist so gut. Und der wäre aufgeregt. Heeeey. Aha. Aha. Auch. Und da offenbar... muss ich hier unten springen. So. Nun, schau drauf, ich... nutze jetzt hier. Ich bin hier unten, ich bin hier unten. Oh, ich bin hier unten, ich bin hier unten. Ah, komm 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 komm. Nust hier. Ach. Warte, ich bin da. Let's crush! Let's crush! Ah, jetzt machst du das wieder. Mach das. Jetzt müsste ich irgendwo genau da... Türke... Echt, nett. Ich glaube, ich steffe die nächste Aufnahme, die Autos nicht runter. Ah, dann geht das nicht los. Ah. So. Warte, warte. Ich... Ich schwoll mich mal hier so. Oh. Verlaufen. Mach die Karte auf. Mit Back. Ratlos. Mach die Karte auf. Mit Back. Äh. Mach die Karte auf. Mit Back. Hungrig. Depressiv. Die Karte hilft immer! Ja. 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 Ich schalte auf euch. Ja. Und schalte zum scheiß Flammenwerfer. Ja. 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 Verlaufen noch mal ein... Komm doch, dass dann eigentlich nicht trichen. Puh! Ich liess noch mal zuaign. Ja. Ach, wir non no beheren. Die sind so sehr schnell im Anschluss. Das ist das Ding. Ah, aha! Sehr gut. Na, 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 na. Na, 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 na. Was mein Gehmer? Abwechslung, die Kärnschläger sind. Ich habe mehr Kärnschläger gebraucht. Ich habe mehr Kärnschläger gebraucht. Ah, nichts als Metallfeinde hier! Auf der Karte ist es nebenan, wo die Pass abgeht. Das ist ja nett. Oh, da scheint der Boss zu sein, okay. Ich habe bestimmt noch nicht genug Monster für den Boss. Ich sehe, der ist ja gesehen. Moalaam. Nein, 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 nein. Schlafen muss alles klar. Faule Socke entdeckt. Böser Roboter. Träumt sicher von flauschigen Kanickeln. Angenommen, Nullstil wird keine schnelle Bewegung. Oder ich wache auf und mache Dichwerk. Wofür steht dann eins? Ich fähre wohl lieber weg, weil Brunner wieder Blut. Ich will wohl lieber weg, wenn Brunner wieder Blut. Das müsste ich auch nicht wehren. Ich meine, den hätte ich doch blut gemacht. Diese Lamm-Anlage ist ein komischer Kalt. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, ich bin hier schon wieder. Ja, Daddy, hell yeah. BIMO BLASTER ON! Uh, BIMO BLASTER ON! Mit Bankreich! Gut. Warte mal, hier ist es? BIMO BLASTER ON! Da! Wo ist das? BIMO BLASTER ON! BIMO BLASTER ON! Ist ja gefährlich hier! BIMO BLASTER ON! BIMO BLASTER ON! BIMO BLASTER ON! Oh, eigentlich ist er noch nicht mehr los. Dome ist Misty! BIMO BLASTER ON! 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 BIMO BLASTER! Oh, viel Schaden machen die auch mit. Okay. Dann noch mal ein bisschen beißen. Hm, so gemacht war es jetzt ganz schön easy. So. Ah, ich wünschte, ich könnte jetzt das euere Ding irgendwie abhängen. Ja, 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 ja. Gut, Checkpoint. Nichts wie entdeckt. Ja, leidlos zu schlafen. Verdammter Wächter ist das, oder? Ich kann ihn offenbar nur mit Säureplatt machen. Heeeey! Oh, haha, ich muss den Zwieger ausweichen. Das ist ja zu geil. Was sie hier alles denken. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Special Delivery! Okay. Auf das Spiel steh ich! Ah, der nächste! Au! Ja, okay. Wo ist mal wieder Blut? Wo ist hier Blut? Kleine Monster noch, dann lässt die Tür los. Ich bin mir sicher, diese komischen Amazon keine Dekoration. Oh, sieh einen da an! Wohl, ho, wohl, äh, blablabla! Hochwohlwohl statt in unserer Fabrik einen kleinen Besucher! Was sollte dieser Krach-Unbedeutendes Ding! Ich bin auch nackt! Es ist toll, die leichte Brise auf der Haut zu füllen, was? Trotzdem spare ich für Klamotten! Da drüben gibt's einen tollen Laden! Ich bin nicht nackt! Im Ernst! Hör auf damit! Was? 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 Er, People say. Demonst пару mehr. Sie stellen uns irgendwie mal aus.